Das ist halt einfach schneller, das nervt mich jetzt. Komm, mach einen Fehler. Dafür hast du die geile Rückdurcht. Ja, die sind gut geil. Dafür war ich das Auto. So, jetzt hau ich ihn weg. Ich meine schon gefährlich, außen zu überholen, ne? Ist geil. Da muss man meine Rückleuchten sehen. Oh Gott, der Motor. Gibt's Gas, Junge. Was ist mit deinem Hubraum? Schalte zurück. Ey, das Auto kommt grad nicht aus dem Quark. Das war ja mal unniesgerade. Scheiß V8. Ja. Danke. Deswegen nicht ausüberholen.